Rooibos hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem Arme-Leute-Tee, den man nur in Südafrika kennt, zu einem geschätzten und beliebten Getränk entwickelt. Weltweit, in Europa ebenso wie in Japan und den USA trinkt man gerne den roten Rooibos-Tee. Der koffeinfreie Tee wirkt beruhigend und stimmungsaufhält. Er bekommt Kranken mit Diabetes, Alzheimer, Arteriosklerose, Allergien, Osteoporose, Schlaganfällen und Depressionen besonders gut. Der Tee enthält wichtige Mineralien, unter anderem Eisen, Calcium, Kupfer und Magnesium. Und er wirkt sogar entspannend bei Babys mit Koliken. Was aber selbst Rooibos-Kenner oft nicht wissen, die Pflanze kann nur auf dem sauren, sandigen Boden um die Zederberge wachsen. Alle Versuche, Rooibos in anderen Ländern anzubauen, sind gescheitert. In den letzten zehn Jahren wurden in Südafrika jährlich bis zu 36.000 Tonnen Rooibos geerntet. Nur ein Prozent stammt von wild wachsenden Rooibos-Sträuchern, der Rest aus Plantagenanbau. Etwa die Hälfte der Jahresproduktion wird exportiert. Neben den vielen kleinen Kooperativen gibt es in der Kleinstadt Kleinwilliam eine Firma, die im ganz großen Stil arbeitet. Rooibos Limited produziert circa 70 Prozent des gesamten Tees. Obwohl die Rooibos Limited jährlich 7.000 bis 12.000 Tonnen Tee industriell produziert, hat sich der Herstellungsprozess seit seiner Entdeckung kaum verändert. Die europäischen Einwanderer in Südafrika konnten sich den teuren, aus Indien oder China stammenden importierten schwarzen Tee nicht leisten und fingen an, den Rooibos-Tee der einheimischen Kohisan zu tränken. Der russische Einwanderer Benjamin Ginsberg vermarktete als erster den wilden Tee, zunächst nur in Südafrika. Nach Deutschland wurde der Tee erstmals in den 1950er Jahren exportiert. Während der Jahrzehnte des Apartheid-Regimes durfte Rooibos nicht ins Ausland verkauft werden. Erst in den 1980ern wurden die Sanktionen gegen Südafrika langsam aufgehoben und es begann der Siegeszug des Rooibos auf der ganzen Welt. Ich denke, die Zukunft des Rooibos sieht gut aus. Rooibos passt gut zur modernen Kultur von gesundem Essen und zu Leuten, die darauf achten, was sie zu sich nehmen. Rooibos enthält absolut nichts Schädliches. Dazu enthält er eine Menge guter Inhaltsstoffe. Er enthält kein Koffein, ist ein Stresskiller, hilft sogar gegen Krebs, hat einen hohen Anteil an Polyphenolen. Alle diese Merkmale zusammen schaffen ein Produkt, das sehr gut zum modernen Lifestyle passt. Der Regen bzw. sein Fehlen ist ein wichtiges Thema für alle Menschen Südafrikas. Für die Rooibos-Kleinbauern ist er überlebenswichtig. Die Ernte ist in den letzten Jahren dramatisch eingebrochen. Der Klimawandel ist hier schon lange keine Theorie mehr, sondern harte Realität des Alltags. Der südafrikanische Landwirtschaftsberater Noel Oetle lebt und arbeitet seit mehr als 20 Jahren mit den Rooibos-Kleinbauern der Heyfeld-Kooperative in Seid-Bockefeld. Diese Dürren treffen die Kleinbauern besonders hart, denn sie stehen aus historischen Gründen in der Hierarchie der Rooibos-Produktion an unterster Stelle. Sie haben die trockensten Böden in der Rooibos-Gegend. Wenn es dann endlich regnet, bekommen sie in der winterlichen Regenzeit manchmal nur 50 Millimeter Niederschlag, was wirklich nicht genug ist, um den Boden zu bearbeiten. Wilder Rooibos kommt ohne den Winterregen nicht aus. Weil der geringe ausfällt, ist die Produktion der Kleinbauern hier um Seid-Bockefeld auf 10 Prozent ihres durchschnittlichen Ertrags zurückgegangen. Eine Katastrophe. Die Ernte wird zur Verarbeitung in die Heyfeld-Kooperative gebracht. Die Heyfeld-Kooperative wurde 2001 von Kleinbauern gegründet. Sie hat ihr Leben tief verändert, denn bis dahin mussten sie für Großbauern arbeiten. Seit Gründung der Kooperative arbeiten die Kleinbauern nun in die eigene Tasche. Sie können die Qualität des Tees bestimmen und haben sich auf die Herstellung von Bio-Rooibos konzentriert, was sich wiederum in besseren Preisen niederschlägt. Die geerntete Pflanze samt Stängel muss zuerst kleingeschnitten werden. Da Heyfeld keinen Strom hat, betreibt ein Traktor die Schnittmaschine. Mahns Fortein ist Mentor-Farmer und einer der wichtigsten Mitarbeiter der Kooperative. Dank seiner langjährigen Erfahrung überprüft Mahns jeden Schritt der Herstellung, um die bestmögliche Qualität des Rooibos zu sichern. Das Schönste für mich ist, wenn ich sehe, dass eine gute Ernte reinkommt. Das finde ich großartig. Ich bin stolz. Ich bin froh. Ich bin glücklich. Es ist ein wunderbares Gefühl zu sehen, dass die Leute hier in der Kooperative mit der Bearbeitung von Rooibos beschäftigt sind. Das ist wunderbar, weil es Geld in die Taschen der Bauern spült. Es verändert das Leben der Ärmsten der Armen. Es bringt Essen auf ihren Tisch. Rooibos schafft Arbeit. Der geschnittene Tee durchläuft die gleichen Herstellungsschritte wie seit Generationen. Der zunächst grünbräunliche Tee wird bewässert, was den Fermentierungsprozess in Gang setzt. Danach werden die Pflanzenteile mechanisch zerdrückt. Früher tat man dies noch mit Äxten, heute mit dem Traktor. So kann der Zählsaft austreten und zusammen mit dem Sauerstoff beginnt die Fermentation. Eine chemische Reaktion, bei der sich die typisch rote Färbung und das beliebte sanfte süßliche Aroma entwickelt. Der Tee fermentiert meistens über Nacht. Etwa zehn Stunden dauert die Fermentierung. Ich überprüfe, ob Geruch und Farbe stimmen. Daran hängt die Qualität des Tees. Solid ist der sogenannte Sweetmaster der Kooperative. Er ist zufrieden mit dem Ergebnis. Der wertvolle Rooibos kann jetzt auf dem vorher gereinigten Zementboden ausgestreut werden, um unter der südafrikanischen Sonne zu trocknen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017